Wir stehen hier in der Region Saporizhia im Südosten der Ukraine, auf einem geheimen Übungsplatz. Das ist eine Drohnenschule. Hier werden Soldaten ausgebildet an verschiedenen Drohnen, die dann eben im Krieg helfen sollen, den Ukrainern im Kampf gegen Russland. Chefausbilder Denis Pesko sagt uns, sie hätten seit Kriegsbeginn mehr als 100 Soldaten allein hier im Süden an den Drohnen ausgebildet. Er führt uns die Modelle vor. Sagen wir es mal so, wenn man einen Speer hat, muss er manchmal zwei, drei, fünf, zehn Kilometer weit fliegen und sich die Position des Feindes ansehen. Mit dieser Drohne kann eine kleine Gruppe von zehn Leuten, wenn nur einer von ihnen die Drohne in der eigenen Tasche hat, die Situation um sich herum auf bis zu einen Kilometer genau erkennen. Die Reichweite ist ein Kilometer und 150 Meter nach oben. Man kann sich also einfach ein bisschen umsehen. Wenn Sie zum Beispiel jemanden in Ihrer Nähe finden müssen, deren Schwierigkeiten steckt, müssen Sie sonst zehn bis 15 Leute losschicken, um ihn zu finden. Oder aber, Sie schicken einfach diese Drohne los. Diese Drohne hier ist viel größer und auch viel teurer. Vielleicht sagen wir es mal so, wenn die hier 3000 Dollar kostet, kostet die hier ungefähr 13.500 Dollar. Und diese Drohne kann man auch bewaffnen? Also einige von ihnen ja, aber manche auch nicht. Diese hier zum Beispiel kann es nicht. Eine der besten Dinge an ihr ist, dass sie eine wirklich gute Nachtsichtkamera hat. Man kann also doppelt so gut sehen wie mit dieser hier. Im Grunde bringen wir unseren Soldaten, unserer Armee bei, wie man fliegt, wie man auskundschaftet und wie man mit Drohnen effektiv ist. Soldat Alex arbeitete bis zum Kriegsbeginn noch in der Automobilbranche. Nun wird auch er für den Krieg an der Drohne ausgebildet. Für jeden Einsatz verwenden wir andere Drohnen. Wir können zum Beispiel Objekte der Russen sehen und die Koordinaten dann der Artillerie weitergeben. Das ist eine der häufigsten Aufgaben. Ich denke, wir müssen mutig sein, denn wenn wir das nicht sind, sind wir vielleicht bald tot. Was denkst du, wie wichtig sind diese Drohnen im Krieg für die Ukraine? Wissen Sie, ein Krieg im 21. Jahrhundert ist ein anderer Krieg als vor 80 Jahren. Es ist ein Krieg, der sehr viel technologischer ist. Es geht um Informationen, um ganz viel Technik. Drohnen sind, ja, sie sind wirklich sehr, sehr wichtig für uns. In der Ukraine glauben weiterhin viele, dass sie die Russen besiegen können. Und es sind auch diese Drohnen, die ihnen dabei Hoffnung geben.